Hallo, ich bin der GameMob. Herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim Teil 55. Wir sind da, wo wir das letzte Mal vor zwei Wochen aufgehört haben. Ich bin immer noch am Leben und ja. Und da hat es gerade einen leichten Slowdown gegeben. Wo ist er denn? Oder die? Ich glaube, ich fühle mich etwas. Ah, ich sehe jemanden, ich sehe jemanden. Ha! Das war nicht klug. Und da fliegt er. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Das Problem, ich müsste mich am besten... Jetzt sehe ich den auch. Ich weiß, dass er da irgendwo sein müsste. Na, wo ist er denn? Da bin ich an. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das ist gut. Das nicht. Ja, ich taste mich da mal voran. Oh Gott. Äh, nein, das war nicht. Ja, das war nicht. Hm, gut, dann muss ich mal anders rangehen. Okay, der ist nicht so schwer. Ich weiß, ich bin ein One-Hit-Wonder. Wenn ich vielleicht... Ich weiß, ich bin ein One-Hit. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin ein One-Hit. Ich weiß, ich bin ein One-Hit. Hmm. Ich muss das Ganze wohl ein bisschen anders angehen. Du warst durch den Felsen durch, das ist ja beschiss. Wo hat die durchgeschossen? Das ist die Art von... Toll, ich habe mich gerade selbst gequält. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, schon, wie ich das Ganze angehe. Ich bin gut. Nein, ich brauche was mit. Ich bin gut. Das macht keinen Damage, wie schön. Ich bin gut. 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 Oh nein. Hmm. das hier kein einziger ist das stimmt genau draußen heftig viel aber das andere war eigentlich alles relativ einfach glaube ich so 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 Untertitelung. BR 2018 So mache ich das so ganz einfach. Eigentlich habe ich hier jetzt in dem oberen Bereich alles erkundet. Und so ist... Oh Gott, jetzt geht es ins Eingemachte. Das ist nämlich eine Fässerung, die ich am wenigsten mag. Erstmal weiß ich, relativ. Egal. Hier muss irgendwo ein Necroman zu sein. Äh, ein Totenbeschwörer. Ja. 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 mich auch jetzt sehr gewundert. Gut, bei der Karte hat man meine Ansicht nach den einzigsten wirklich starken Kritikpunkt. Also meine Ansicht nach. Äh, ne. Ach, stimmt. Äh, ja. Geschirb steht da ja nicht aus. Ähm... Vorzellan oder irgendwas. Wollte eigentlich den hier drücken. Hm. Ich wollte gerade die Kisten zerschlagen, aber das ist in einem anderen Spiel. Ja. Ja. Ich- 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 Gut, ich wurde entdeckt Wundert mich das nicht wirklich Gah! 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 Hier glaube ich sollte man die Waffe aufladen Mei, das war's der gar nicht so lang Ich will ja nicht unfair sein Ne, falscher Knopf So Natürlich, ein klassischer Kerkel Gah! Bisschen Unordnung schaffen Ne, eins Gah! Hier Okay. Ach, das ist so knapp. Nee. Irgendwas muss hier noch am Leben sein. Ach, ja. Hmm. Hmm. Eigentlich habe ich ja jetzt alles... Oh Gott, da muss irgendwo noch was sein, das ist... Gut, dann gehe ich halt hier raus, vielleicht komme ich dann irgendwo anders hin. Hmm. Na Gott, irgendwo muss ich da was übersehen haben. Wenn, dann tue ich das schon gescheit fertig machen. Also stimmt, HDR habe ich ganz vergessen. Hmm. Ja.